Das war eine lange Nacht gestern Abend oder eine kurze Nacht, wie man möchte. Neben mir, gerade runtergekommen vom Open Air Floor sind Philo und Perry aus New York City. Hallo Leute! Wie geht's dir, Tillman? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Es war die erste Giga auf Nature One. Ja, die erste Mal. Und eine liebliche Überraschung. Die Leute waren großartig. Absolut. Aber es war nicht dein erstes Mal in Deutschland. Du hast die erste Radio-Show in Deutschland mit mir letztes Jahr gemacht. Es war sehr interessant, weil alle Leute nicht glauben, dass du aus den Bronx kommst. Du kennst die Geschichte. Aber ich habe immer gesagt, dass diese Leute aus den Bronx sind. Die einzige Transmusiker aus New York City. Ich glaube so. Was denkst du heute für dich auf Nature One? Die Produktion des ganzen Eventes. Ich bin ehrlich gesagt, es ist eine der besten Spiele, die ich in meinem Leben gesehen habe. Wer das Festival zusammengebracht hat, hat einen tollen Job gemacht. Und die Energie war einfach großartig. Also Bror sagt gerade, er hat noch nie so eine professionelle Produktion und eine Veranstaltung gesehen, wie heute Abend hier in Nature One. Eine unglaubliche Bühne. So was hat er noch nicht erlebt. So, ihr habt ihr noch nicht erlebt. Also Dominik ist auch beeindruckt, weil das ist ein Event, wo wirklich über 2.000 Leute hier mitarbeiten. 2.000 Mitarbeiter sind heute hier auf dem Gelände, um das alles zu organisieren. So, ich denke, du spielst viele neue Dinge in deinem Set heute, oder? Ja, wir haben versucht, die Leute zu geben, viele Tracks, die alle anderen DJs nicht spielen würden. Das ist etwas anderes für alle. Weil es gibt so viele gute DJs, aber es gibt so viele gute Tracks. Und alle wollen alle große Tracks spielen. Also wir haben versucht, etwas anderes zu machen. Also, er sagte, die ganzen großen DJs sind hier, die heute auch alle vertreten sind. Da muss Armin van Buurnes, ob das nachher Freddy Corsten ist und so weiter. Und auch noch viele DJs probieren hier immer die ganz großen Hits zu spielen. Und sie haben das eigentlich so ein bisschen anders gemacht. Sie haben ihren eigenen Stil und haben einfach mal ein bisschen anders gespielt. So, später in der Nacht spielst du auch auf Heaven's Gatefloor? Sorry? später in der Nacht spielst du auch auf Heaven's Gatefloor? Ja, wir spielen von Woody und Alex Morf Stage. Und ja, es ist eine lange Nacht für uns. Und auch die weiße Tracks. Und auf dem ersten Mal den Augen an empfehlen. Und das ist eine lange Nacht für uns. Und da wird es noch mal wie auf dem Weg flam slippers. Und da wird es noch immer rüber, bis zum nächsten Mal. Und da wird es noch mal fresh. Und da wird es noch nicht so tr coups-c apparent.